halli hallo halli wir spielen wieder train sim world auf der playstation 4 und zwar sind wir da auf der strecke rhein-ruhr-osten unterwegs und wir stehen da immer noch vor dem roten signal neben uns die s-bahn liebe nach hagen hauptbahnhof und ja wir stehen mit unseren mit unseren güterzug daneben und warten eigentlich auf ein grünes signal und ich nehme an der personenzug fährt vor uns los wir haben da verschiedene güter geladen so sind da mitten im winter und hoffe damit wir bald mal grün grünes signal bekommen und dann weiter fahren können so wir setzen uns mal in den führerstand rein so wir warten da wir fahren immer noch mit afb ja wir schauen mal auf die karte wir können mal gucken rot rot und hier rechts oder hier unter uns ist quasi der personenzug die s-bahn die muss nachher auf meine strecke eigentlich drauf deswegen vermute ich die fährt sowieso vor uns aber ich weiß nicht warum war da noch nicht los können ob da noch irgendwas von vorne kommt die schon geschaut gehabt habe da nichts gesehen und jetzt weiß ich nicht ob da irgendwas noch kommt ist noch schwierig so da wird mir fast schlecht wenn ich das die ganze zeit die strecke absuche also zu sehen ist glaube ich nix da steht noch mal erst bahn war das ja ewig weit weg das ist ja da irgendwo wir sind da unten und die hat was für ein signal war keins ist auch nicht welche richtung die fährt da ist alles rot fortfahren gemäß signal bilder das sagt ich soll anhalten ich will auch gar nicht in die tür rein so der neben mir muss auch warten machen wir das auch vielleicht kommt ja irgendjemand von hinten der noch vorbei muss heute mal hier ist noch einer wird aber auch rot und das sind alles waggons wenn ich das richtig sehe das und denn es ende abfahrt 15 jahr abgefahren sind war ja bis hierher sind wir gekommen und immer fertig so wo war jetzt der andere zug da ist jetzt losgefahren sogar kein gesehen auf der strecke wo sind er jetzt hin sowieso noch mal die strecke ab nach irgendwelchen zügen wir müssen ja mal gucken wollen wir hier los können das kann ja nicht sein damit ich da wieder so lange warten muss wird doch nicht fürs warten bezahlt so der kann natürlich auch in die andere richtung gefahren sein da kommt einer ok müssen wir auf den warten bis die strecke frei ist das kann natürlich sein also wir beobachten den so genau das hat umgeschalten er fährt jetzt hier im bahnhof ein wird wahrscheinlich anhalten müssen kreuz da auch meine linie die ich dann fahren muss da ist auch grün jetzt ist rot fährt weiter geradeaus ok hält noch nicht an ok ich schau mal hier bin wir noch rot so wo ist er jetzt ziemlich weit weg habe ich das gefühl verdammt weit weg jetzt wird er da rein und hält an ok hat aber grün um weiter zu fahren grün fährt dann da lang und fährt nicht auf mein gleis weiter habe ich jetzt immer noch rot super so wo ist er denn jetzt das bahnhof ich glaube er steht da also da ist noch ein bahnhof dazwischen ich weiß nicht ob der jetzt noch gerade weiter fährt er fährt los das schon mal ein gutes zeichen das können wir können wir vielleicht auch bald losfahren so da ist hat er grün bekommen da da auch grün und fährt hier wahrscheinlich auch geradeaus durch ich habe immer noch rot und dann nehmen wir auch wenn dann fährt sowieso erst der hier bin ich der meinung so wo der andere kommt und jetzt langsam müsste uns hier entgegen kommen ich glaube ein bahnhof war noch wo anhalten muss wo soll jetzt da wo soll jetzt da so wahrscheinlich wird jetzt irgendwann verpassen wenn ich dann grün bekommen habe so er hält jetzt hier an hier ist immer noch rot hier ist immer noch rot er hat wahrscheinlich auch rot so der wird jetzt jedoch gleich mal weiter fahren grün grün hat da hat jetzt die leute einsteigen lassen und fährt jetzt los ok der ist gleich bei uns ich hoffe ich nehme es an danach kriegen wir denn nämlich grün grün dann ist die strecke freigegeben und wir können dann weiter fahren er fährt jetzt hier lang da hat er auch grün da hat er rot aber er wird auf meine strecke hier rüber kommen hier wechseln nö kommt er gar nicht weiter rüber keine ahnung wo der lang fährt hier ist aber über rot gefahren oder nicht hätte ich jetzt gemeint er ist über rot sonst ist auch noch alles rot hält er nochmal hier an irgendwie noch interessant wie das da so aufgebaut ist aber das geht mir eigentlich viel zu langsam so jetzt müsste der hier dann irgendwann mal grün bekommen hm hm meine güte was ist denn hier los in buppertal da ist ja ein einsatz nach dem anderen so jetzt macht mal hier vorwärts so er hält jetzt da vor dem roten signal und denn ja 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 so kriegt der andere jetzt da grün der hat noch rot kommt noch einer oder was meine güte da ist keiner zu sehen dann verzweigt es nach da da ist auch nichts zu sehen meine güte ich stehe schon ewig da ja bloß so damit ich da oben hin muss da ist die da So sieht ja ganz cool aus, aber jetzt warte ich da schon bestimmt eine halbe Stunde oder länger. So sieht ja ganz cool aus. So sieht ja ganz cool aus. So jetzt kommt schon. Jetzt ist komplett alles rot, jetzt haben wir Stau oder was? Also ich bin der Meinung, von hier kommt nichts mehr. Da kommt noch was, oh man. Okay, ich würde sagen, wir brechen das ganze Sache hier ab. Sieht zwar cool aus, wenn die da stehen, aber ich hätte es gerne, wenn sie da ein bisschen fahren würden. Und ja, vielleicht kriegen wir dann doch noch irgendwann mal ein grünes Signal. Und wenn das soweit ist, werde ich euch daran teilhaben lassen. Also macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.